Hallo Leute und willkommen zum letzten Adventskalender Spezial heute am 24. Dezember. Wie ich schon erwähnt habe in meinem Ankündigungsvideo gibt es über die Weihnachtsfeiertage erstmal keine Videos zu sehen. Danach geht es aber wieder wie gewohnt weiter mit vielen neuen Videos zu meinen aktuellen Projekten Lost Horizon und Tragensang. Zumindest wenn nichts dazwischen kommt. So, heute spielen wir Castle Crashers. Nein, Crash the Castle 2 heißt es, um ganz genau zu sein. So, hier müssen wir nämlich mit verschiedenen Hilfsmitteln, die wir im Laufe des Spiels freischalten, wie ihr hier seht, andere Schlösser kaputt machen. So könnte man das gut beschreiben. Aha, nichts passiert. Toll. Gut. Und los. Aha, aha. Oh, daneben. Verdammt. Ich weiß es, ich weiß es ist jetzt nicht gerade ein weihnachtlicher Abschluss, aber ähm, mir sind schon eine Zeit lang Ideen ausgegangen, welche Flash Games ich denn für den Adventskalender spielen soll. Also, nehmen wir es mir nicht so arg übel, okay. Und ich feile wieder mal, ähm, wow. Ladies first. I'm a princess. Hui. Oh, das war zu weit. Okay. Mal versuchen. Und? Oh. Okay, alle zerquetscht. Gut. Und so geht das dann halt weiter. Nächstes Castle fang ich noch kurz an. Hui. Und man kann sich dann auch später, wie gesagt, noch bessere Geschütze leisten. Also, Geschosse. Geschütze, glaube ich auch. Bin mir aber nicht sicher. Und wir schießen wieder mal zu weit, um den kleinen Typen da drin zu treffen. Hm. Wow. Okay, das war auf dem Hügel. Wow. Mist. Hui. Yeah. Armer Edelmann. Okay, wie ihr schon seht, das Spiel macht nach einer Zeit. Und ganz am Anfang auch schon. Sehr viel Spaß, also. Wir sehen uns dann nach den Weihnachtsfeiertagen wieder mit mehr Videos. Endlich mal wieder mehr Videos. Und, ja. Bis dahin. Habt schöne Ferien. Äh. Ja, Ferien. Habt schöne Weihnachtsfeiertage.